Das Bernische Historische Museum ist eines der bedeutendsten kulturhistorischen Museen der Schweiz. Seit 1894 befindet sich das Museum im historistischen Museumsschloss am Helvetiaplatz, in prominenter Lage im Zentrum von Bern. Unsere vier Sammlungen zur Geschichte, Archäologie, Ethnografie und Numismatik umfassen rund 500'000 Objekte aus allen Erdteilen von der Steinzeit bis zur Gegenwart. In unseren elf Dauerausstellungen schicken wir sie auf Entdeckungsreise durch die Menschheitsgeschichte. Erkunden Sie die Geschichte der Stadt Bern und folgen Sie Ihrer Entwicklung vom Frühmittelalter bis zur Bundesstadt. Entdecken Sie unsere kostbaren Schätze. Die flämischen Tapisserien aus dem 15. Jahrhundert zählen zu unseren international herausragenden Sammlungsbeständen. Funde aus der Altsteinzeit bis zu den Römern führen Sie noch weiter zurück in die Vergangenheit. Die orientalische Sammlung Henri Moser eröffnet Ihnen die faszinierende Welt des Orients. Der denkmalgeschützte Museumspark lädt zum Verweilen ein. Seit 2009 können wir unsere attraktiven Wechselausstellungen im neuen Erweiterungsbau in einer der grössten und modernsten Ausstellungshallen der Schweiz zeigen. Das Bernische Historische Museum regt zur Auseinandersetzung mit Geschichte und Kulturen an und zeigt Zusammenhänge auf. Es ist ein Ort inspirierender Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnungen. Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnungen. Der lieiquen Herbert, aus der Wir accidentalen Um�fir doubles gerät., Erlebnisse, die飢 abdominal und des字 Proper Googleverhalte, Vielen Dank.